We are Skater auf der Oculus Quest 2 mit Erlink. Ich grüße euch Leute, ihr schaut für Erweiz. Ich bin Sascha und heute schaue ich in We are Skater. Ihr findet dieses Spiel für 19,99 Euro auf Steam im Early Access. Das ist ein Skater-Spiel, sowas wie Tony Hawk, nur in We are. Ich habe einen kostenfreien Zugang bekommen, vielen Dank dafür und ich bin echt gespannt, wie sich sowas in We are spielt. Ich kenne solche Spiele nur von der Konsole, also wie gesagt Tony Hawk mit dem Gamepad und das Ganze jetzt wie gesagt in We are transportiert. Ich bin gespannt, wie das umgesetzt ist, weil es werden ja nur die Hände getrackt, also die Füße nicht. Also muss man das ganze Spiel natürlich irgendwie über die Controller simulieren. Bevor ich mich aber jetzt auf Skateboard für euch begebe, möchte ich euch an dieser Stelle natürlich nochmal ganz kurz daran erinnern, an meinen Kanal zu abonnieren, verpasst hier nichts mehr, bekommt ihr mal eine Info, wenn es neuen Content von mir gibt. Und jetzt werde ich mich mal in die Skater-Schule begeben, weil Skaten ist echt nicht meine Stärke, und mal schauen, was das Ding denn so kann. Viel Spaß. Ja Leute, so begrüßt mich das Spiel, ne, ich soll erstmal alles hier wieder kalibrieren in Englisch und das machen wir natürlich Standing, Sitting, ich stehe, Stand upright and look straight, let your arms hang down, press and hold both trigger buttons, mache ich jetzt, ich gucke nach vorne und drücke. Zack. We are Skater, loading. So, Select, Stange, regulär, goofy. Okay, was ist goofy, was ist regulär, da geht es schon gut los. So, erster Eindruck, das sieht cool aus, das gefällt mir. Ist schön scharf, ja, sieht echt gut aus, so mit der Sonne und so mit den Palmen, toll. Leider bewegen sich die Palmen nicht, das wäre vielleicht so ein Sansanräubchen gewesen, also alles hier so, ja, starr. Oder ist es kein Wind, sagen wir mal so, ist es kein Wind, dann ist das auch okay. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz, was ist das denn? Leute, ich habe einen pinken Controller, wie geil ist das denn, und so ein Babyblau. Ist das cool? Okay, ich glaube, ich lackiere mir die, ne, das ist doch, ist doch geil, oder? Ja, sind wir nochmal bei regulär und goofy. Ich muss nochmal ganz kurz irgendwas gucken, weil, jo, die Aufnahme ist klein, okay. Aber ist egal. Ja, es ist keine Vollbildaufnahme, leider ist es nun wieder so eine halbe, aber dann ist das ideal. Gut, ich würde sagen, ich mache regulär, weil ich habe keine Ahnung, was goofy ist, ich bin nicht goofy. So, machen wir regulär. So, how to push. Das mache ich dann mit dem pinken, ah, Rear Thumbstick up. Pause Menü. Ah, guckt mal, Leute, ich mache jetzt einfach einmal den Thumbstick nach oben und schon bin ich im Menü. Gucken wir natürlich einmal mal in die Settings. Graphics, ich mache jetzt Ultra. Rear Comfort ist off, hat ist on. Stance ist regulär, goofy, das habe ich keine Ahnung. Smooth, white, field of view, spectator cam, beta, off. Compensation, minus 20%, wohl, den habe ich auch aus. Das ist alles, okay. So, jetzt habe ich Ultra, sieht aber so aus wie vorher, okay. So, Continue, Restart, Exit. Okay, da haben wir noch einen Musikplayer, wo keine Musik drin ist. Machen wir jetzt mal Continue. So, okay. Ach, da ist mein Skateboard. Süß. So, und ich soll jetzt einfach, okay, ich fahre. Leute, ich fahre Skateboard. Das läuft total flüssig. Cool. Cooles Gefühl. Hey. Dann sliden wir hier mal ein bisschen, das ist echt cool. Gewonnen. Well done. You know how to push. Okay, das ist nicht schwer, aber das läuft total flüssig. Geil. So, Keep Stance. Das regular field, also hätte ich mich drehen sollen. All this guy goofy. Ach, ne, mach mal hier. Ach, ich hätte eigentlich mich zur Seite drehen müssen, ne? Oder? How to break. Zeig noch mal. Ah, Trigger drücken, ne? Okay. Ja, ist okay. Okay, dann drehe ich mich jetzt mal so zur Seite, wie sich das gehört, ne? Okay, Trigger drücken ist bremsen. Break here. Oh, failed. Ups. Okay. Ich mach das aber besser so nicht. Ich kann das so besser. So. Und los geht's. Ab geht's hier. Dann bremsen wir jetzt mal vorher. Okay, lange bremst ich das Ding hier, ne? Well done. So, how to steal. Okay, einfach mit dem linken. Und dann kann man auch den Trigger dabei irgendwie drücken. Okay. Probieren wir das. Achso, ich muss den Trigger dabei drücken. Okay. Also, ich drück den Trigger. Uh-ha. Okay. Ne, äh, den anderen Trigger. Ach, scheiße. Quatsch, das bin ich vor der Wand gefahren. Das ist gar nicht so einfach. So, jetzt nochmal. Okay. Da muss ich gar nichts drücken. Okay. So, jetzt geht's. Dadurch. Well done. Okay, ich bin ready for the road. How to turn in place. Aha. Also nichts drücken, einfach nur. Okay. Ja, mach mal. Hallo? Achso, okay. Ah, da muss ich doch was drücken. Hallo? Ah. Ah, jetzt kann ich nicht im stehen. Drehen, wohin ich möchte. Okay. So, mach mal so. Und weiter geht's. Ah. Was war das denn? Ich bin abgestört. Okay. So, geschafft. Und jetzt? How to Olli. Das sind Tricks, ne? Okay, dann springt das Ding einfach. Ab. Aha. Cool. Ah, ne. Ah, ne. So. Nehmen wir mal Olli hier. Olli. Ah. Scheiße, ich bin vor die Wand geflogen. Muss ich da hoch springen? Wahrscheinlich, ne? Ach, komm, mach mal nochmal, Leute hier. Haut zu Olli. Ich bin ja der Olli. Ach, shit. Ich fahr gleich die Rampe hoch. Das ist einfacher. Aber soll die wahrscheinlich nicht, ne? Muss ich mal das festhalten? Jetzt passt es nicht. Guck mal, wenn ich den festhalte, dann bin ich unten und dann kann ich nicht fahren. Okay. Okay, nochmal. So, jetzt runter. Und jetzt haben wir es gemacht. Jawohl. Oha. Jump over. Was denn? Hallo? Oha. Oh, Leute. Jawohl. We are Spaker. Das war cool, Leute. Hat mir gefallen. Und die hauen hier richtig einen raus, ne? So, mit diesem Intro da, ne? Schon geil. Okay. So, wir haben eine Akademie. Wir haben die Maps, wir haben Settings, Experimental und Info. Ich gehe natürlich erst mal in die Akademie, weil ich kann ja nichts. Intro. Das könnt ihr jetzt hier alles lernen. Was immer es ist, Schuhwitz, Intro, Push-Bracks hier. Das habe ich hingekriegt mit dem Olli. Dann haben wir Challenges, da darf ich noch gar nichts machen. So, was hatten wir noch? Dann haben wir Maps. Middle School. Es gibt nur die eine Map, wie es als Maul sieht. Ist auch noch Early Access, muss ich dazu sagen. Ja, Settings hatten wir schon. Experimental. In der Experimental-Section, we would like to share some of the results of our development progress with you. Some of these features are subject of discussion to be implanted as modes or gameplay features in selected maps for release. Physical or the standing only. Okay, das probiere ich jetzt nicht aus. So. Ja, dann können wir nur die Akademie machen. Mehr ist noch nicht drin. Dann machen wir Schuhwitz. Was immer das ist. So. Auch das sieht gut aus. Tipps you always need to catch to answer the trick. It doesn't depend. Oh, bla bla bla. Okay, ich soll es eigentlich lesen. So ein Winkler wieder meckern, dass ich nichts hinkriege. Aber das kriegen wir hin. So, Schuhwitz. Da steht es, was ist. Du musst es mal weg, dann kann ich das besser sehen. Was ist das denn? Leute. Wie soll ich das denn hinkriegen? Okay. Irgendwie mache ich das. Das sehe ich aber nicht, wie ich das da mache. Okay, das wird nichts gedrückt oder so. Der macht einfach irgendwas hier mit dem. Let's go. Ach, jetzt steht das da. Okay, how to frontside. Also ich drücke. Was war das denn? Was sollte ich das denn merken? Also ich drücke den Knopf. Ja. Den hält man fest. Den genau, seht ihr? Okay. Ha! Oh! Okay, krieg ich hin. Okay, mach mal. Okay, ab dafür. So, ähm. Was denn? Ich soll das erst mal machen? Ja, hab ich doch. Ja, was denn? Und dann? Ach, ich muss das auch wieder zurück, okay. Okay. Nee. Ach so, dann. Nee. Also, ich halte den Controller. Halte den Knopf fest. Zieh rüber. Ach, und dann nochmal drücken. Okay. So. Nee. Was ist das denn? Das ist der Olli. Den krieg ich hin. So, und jetzt? War das richtig? Nein. Der hält den fest. Das heißt, dann loslassen. Dann dreht sich das ganze Board einmal. Und dann muss ich nochmal einen Knopf drücken. Okay. Okay. Also. Rüberziehen. Nee. Warte, 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 warte. Was mach ich denn da falsch, ey? Ah, jetzt hab ich ihn hingekriegt. Okay, dann machen wir nochmal, ne? Äh, nee. Ach so. Ne, mach nochmal. Leute, muss ich nochmal machen? Okay, jetzt hab ich den, also das ist ja, also das muss man nicht vom Timing her schaffen. Das merke ich mir doch nie im Leben, wenn ich gleich fahr, Leute. Äh. Also das Ganze jetzt, hey, das ist dasselbe doch normal, oder nicht? So. Ach nee, nach rechts. Und dann zurück. Und da auch nochmal Knopf drücken wieder. Okay. Nee. Was denn? Hä? Oh Leute, ich krieg's nicht hin. Das ist schwer. Okay, zurück und dann. Ja, hab ich doch gemacht jetzt. Ist das richtig? 360 Grad. Ach shit. Leute, ich krieg's nicht hin. Das ist doch schon wieder shitty hier. Ja, jetzt hab ich's hingekriegt. Nicht? Warum mach ich das? Warum mach ich den nicht falsch? Das ist wieder ein Video, Leute. Ich raff's nicht. Ehrlich nicht. So, das noch da ziehen und dann? Okay, jetzt hab ich den bekommen. Okay. Was, noch ein? Das krieg ich gleich noch im Spiel nie hin, Leute. 360 Grad, irgendwas. Was ist das denn mit den zwei Pfeilen da? Boah, das ist aber echt schwer. Also, das ist knackeschwer. Komm, mach nochmal. So, drücken. Und dann weit ausholen. Ne. Das klappt nicht. Was ist das? So, gedrückt halten. Loslassen und rüberziehen. Das Ding dreht sich um 360 Grad. Und dann den Knopf drücken. Okay. Ne. Ah, okay. Ich muss das aber wirklich sehen. Wenn sich das Ding... Ah, shit. Das seh ich doch nicht, wenn ich... Das geht doch so schnell, Leute. Ah, fast, ne? Ne. Dein Akku ist fast leer. Auch nicht schlecht, okay. Irgendwas ist immer... Ich krieg's nicht hin, Leute. Ich krieg hier schon wieder die Pimpanellen. Das ist schwer. Das ist doch ein Video, das kann ich mir gar nicht zeigen, hier. So, festhalten. Rüberziehen. Das ist doch... Das klappt nicht. Fast, ne? Ach, scheiße. Ja, das geht doch nicht, Leute. Das ist doch unmöglich. Ich glaub, das krieg ich nicht hin. Das krieg ich nicht hin. Das ist mir zu schwer. Das soll sich doch nur einmal um 360 Grad drehen. Ich krieg das nicht hin. Okay, dann fahr. Ist doch egal. Hallo, kann ich das abbrechen? Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ehrlich, nicht? Ja, das war so ein Backside-Dinge. Das hab ich hingekriegt jetzt. Das dreht sich doch viel zu schnell. Das geht nicht. Leute, keine Chance. Das dreht sich doch 100 Mal hier. Das ist... Was soll denn das? Allein mit diesen zwei Pfeilen. Was ist das? Ja, sorry, Leute. Das ist einfach viel zu schwer. Das geht doch gar nicht. Lass mich doch einfach fahren hier, ey. Der hat keine Chance. Nee, ich springe auch nicht hoch genug, oder was, ne? So, der hält das fest. Ja, dann dreht sich das Ding 100-1000 Mal hier. Und dann dreht sich das nicht um 360 Grad. Das funktioniert nicht. Ja, sorry, Leute. Dann muss ich das echt abbrechen hier, glaube ich. Weil das hat ja keinen Sinn. Also, wenn der wenigstens automatisch landen würde, oder so, ne? Das funktioniert nicht. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Ich weiß nicht wie, Leute. Ich habe es irgendwie geschafft. Boah, ich bin... Boah, nicht noch einen, ey. Ich will doch einfach nur fahren. Was, baby? Jetzt das Ganze sitzt nochmal andersrum, oder was? Boah, Leute. Okay, jetzt habe ich es irgendwie hinbekommen. Jetzt geht es besser, ne? Okay, ich habe irgendein Tutorial unloggt. Challenge unloggt. Okay, das will ich gar nicht challengen. Okay, next tutorial. Nee, machen wir hier Main Menü. Also, ihr habt gesehen, ihr könnt hier ganz viele Sachen lernen, machen tun. Ich fahre jetzt einfach eine Runde. Ich habe... Das ist... So, machen wir hier einfach. So. Practice. Machen wir mal practice hier. Ist okay. Hä? Ach so, ich kann einfach fahren. Okay. So, ein Olliwald. Okay. Okay, jetzt habe ich hingekommen. Okay. Ich habe ihn mir auf die Fresse gelegt. Okay. Hallo? Ach, nie, den. Okay. Was ist das denn? Nee, nicht springen. Fahren. Boah, das ist aber echt schwer. Okay, nee. Scheiße. Aber es ist cool. Also, es fährt sich gut, Leute. Es ist nur echt bockschwer. Es ist langweilig, was ich hier mache, ne? Warte mal, jetzt mache ich hier so einen Flippi-Flap. Flup, flip. Ja. Oder auch nicht. Okay, guck mal, Leute, wo ich hier bin. Das ist doch cool. Wow. Wow. In die Mülltonne, ne? Scheiße. Das verzeiht der eigentlich, ne? So, ich mache hier aber mal so einen Flippi-Flap. Fast, ne? War gar nicht so blöd, ne? Ach, scheiße. Der verzeiht aber auch nicht die eine Mülltonne hier. Das kann ich hier so ein bisschen lenken. Ach, auch so ein schöner Glanz hier auf dem Boden, ne? Falls das an interessiert. Was ist denn? Ah! Leute, das ist... Ah! Shit. Okay. Okay, dann muss ich hier mal drüber springen. Leute, ich muss tatsächlich über die Kanten springen, sonst... Guck mal, hier. Ach, guck mal, das ist eine Rampe. Finish hier. Ja. Was ist denn? Ich bin hier voll schon wieder in Schweiß hier. Wow. So, habt ihr gesehen? Einen Backsuit habe ich noch zum Schluss gemacht. So, as a run, you can put your skills to test. Ja, mach mal ein Run hier, komm. So, what you got? Ich kann gar nichts. Bin ja auch ehrlich. Was war das? Ach, shit. So. Ach, shit. Jetzt wollte ich hier was Cooles machen. Auf die Treppe da jetzt, komm. Habt ihr das gesehen? So. Okay, ich hab das sogar hinbekommen, mit diesem... Oh, die, die, die. Ah, jetzt geht's doch. Guck mal, Leute. Und der war, war das... Sorry. Ach, so. Ach, scheiße. Ich hab da die falsche Tasse gedrückt. Und auf die Fresse gerichtet. Okay. Was war das denn? Okay, man darf keinen Umfall machen. Mähmäh. Boah, Leute. Also eine Strecke gibt es. Mehr gibt es leider noch nicht. Aber das fühlt sich echt cool an. Ich würde sagen, wir gucken noch mal Fliptricks. So kann ich euch ja nicht gehen. Okay, gucken wir noch mal. Fliptricks hier, mach mal. Okay. Zu den drücken und den anderen ziehen. Und dann noch mal drücken. Okay. Also drücken. Oder auch nicht. Gedrückt halten. Was soll denn loslassen? Ah, okay. Nee. Geschafft. Double Kick-Flick. Also ich soll nur einen machen. Okay. Nennst du aber wieder... Das ist auch schwer. Also die Tricks sind echt schwer, Leute. Also da müsst ihr euch echt reinfuchsen. Das muss man einfach mal so sagen. So, geschafft. So, jetzt bestimmt so ein Double Kick-Flick. Nee, mach mal hier näher. Die nächste. Auch gedrückt halten. Und das Ganze dann zu der anderen Seite und dann wieder den Knopf drücken. Also ihr müsst immer den Knopf drücken, damit ihr wieder sicher landet, ne? Okay. Und dann krieg ich ein bisschen was, ne? Okay. Next. Double Kick-Flick festhalten. Und dann wahrscheinlich muss der sich zweimal drehen, bevor ich dann wieder A drücke. Nee. Also das ist echt ein bisschen tricky hier mit diesen Kick-Flick-Dingen hier. Ach, shit. Nee. Das habe ich noch nicht so ganz raus, ne? Also einfach nur gedrückt halten. Also ich muss den auch zu mir ziehen wahrscheinlich, ne? Habe ich es geschafft? Kick-Flick plus Airtime-Bonus. Nee. Okay, ich muss den also einmal zu mir ziehen und dann wegziehen, ne? War richtig? Das ist echt nicht einfach. Ah, shit. Nee. Genau, geschafft. Das ist aber echt, das ist aber sehr schwer, Leute. Also, aber es macht Bock, wenn man es hinkriegt, ne? Also muss ich auf jeden Fall sagen. Also da muss man sich wirklich reinfuchsen in das Ding, ganz ehrlich. Ähm. Da muss ich die ganzen Tricks lernen. Das ist wahrscheinlich das Ganze jetzt andersrum, ne? Auch wieder zu mir ziehen und dann, okay. Okay, geschafft. Boah, reicht das? Okay, auch Tutorial angelockt. Challenge unlockt. Boah, Leute, ich bin hier voll am ölen. Okay, mehr, mehr, mehr. Ich würde sagen, das reicht erst mal, ne? Also ihr habt wirklich nur diese eine Map. Und dann könnt ihr diese ganzen Tutorials machen. Und jetzt habt ihr noch Challenges. Ja, ähm. Dann müsst ihr wahrscheinlich... Komm, wir gucken kurz rein. Ich werde es verfluchen, ganz ehrlich. So, up on the curb. Do the following tricks at the highlighted spots in the rules. Shirt trick, up on the curb. Ich habe keine Ahnung, was da was ist. Egal. Komm. War das richtig? Okay, guck mal, Leute. Uah. Failed. Okay. Einmal probieren wir das noch. Machen wir nochmal. Ach, nee. Habe ich es geschafft? Meldet. Guckt euch das an, Leute. Ich habe die sogar geschafft. Also man kriegt es raus. Ihr habt es gesehen. Ich habe mich am Anfang unheimlich, ähm, ja, ähm, ich will nicht sagen, blöde angestellt. Es ist ja wirklich sehr schwer am Anfang. Aber wenn man so ein bisschen den Groove rauskriegt, wie man was drücken muss, wann man den Knopf loslassen muss, ne, dann funktioniert es. Habt ihr gesehen? Ja, aber es ist trotzdem schwer. Aber es macht Laune. Das Spiel selber sieht mega aus, muss ich sagen. Läuft fluffig. Und lädt natürlich zum Skaten ein. Ganz klar. Ist ja auch ein Skatespiel, ne. Gut, Leute. Ich würde sagen, das reicht erstmal, weil mehr kann ich euch erstmal so viel nicht zeigen. Ihr seht, ihr könnt noch Flip-Swift-Schubitz machen. Oli to the side, 50-50-Grind, Boardslide, Manual, 50-0-Grind and Nose-Grind, Nose-Slide. Und das war's, ne. Das kann man auch nicht scrollen. Und dann gibt es zu jedem dann halt eine Challenge. Oder ihr könnt dann halt hier auf die Middle School gehen. Es ist Early Access. Es wird wahrscheinlich noch mehr kommen. Bleibt kurz dran. Bis zu meinem Fazit. Bis gleich, Leute. Ciao. Jo, da ist er wieder mit meinen Skater-Künsten. Ja, die waren am Anfang ein bisschen holprig, muss ich gestehen. Ich hoffe, ihr habt das Tutorial überstanden. Ihr wisst, ich schneide meine Videos nicht, ne. Ihr erlebt das alles so, wie ich das erlebt habe. Und am Anfang war ich echt kurz davor, abzubrechen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil es war wirklich bockschwer. Aber wenn man erstmal so ein bisschen den Move, den Flow raus hat, wie man die Controller zu bewegen hat, wann man die richtige Taste drücken muss und auch wieder loslassen muss und so weiter, dann kommt dann irres Gefühl auf. Das Ganze natürlich dann noch im Fahren umzusetzen, ist natürlich noch eine Ecke schwieriger. Aber wenn man dann was hinbekommt, gibt das echt ein cooles Gefühl. Das Spiel selber läuft total fluffig, auch mit Air Link. Sieht gut aus. Ist ein wirklich cooles Skater-Gefühl. Und ich komme mir wirklich vor wie Tony Hawk damals auf der Playstation. Nur jetzt halt in VR, dass ich selber auf diesem Brett stehe. Ja, hier und da, wenn ich irgendwo vorfahre, hat man echt so einen kleinen Effekt, dass man so meint, haha, man fährt davor oder so, ne. Schon cool gemacht. Nur, wie gesagt, ihr braucht wirklich ganz viel, ja, ich sag mal, Zeit und auch Geduld für diesen Titel. Weil es ist wirklich schwer. Aber es ist, ja, machbar. Man kann es lernen. Das habt ihr gesehen. Ich habe zum Schluss doch nochmal diese Challenge ausprobiert. Eigentlich wollte ich ja nicht. Ich dachte, das schaffst du im Leben nicht. Und ich habe sie direkt geschafft. Ja, den ersten Move habe ich jetzt schon so ein bisschen verinnerlicht. Das funktioniert. Es waren aber noch viel, viel mehr Moves. Und wenn man die alle verinnerlichen will, das dauert natürlich. Aber es macht Bock. Es macht Fun. Ich hätte mir natürlich nur wirklich ein paar mehr Maps gewünscht. Aber die werden wahrscheinlich kommen. Aber Maps gegen die 19,99 Euro ist bei mir so ein bisschen Bauchweh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wie gesagt, ist im Early Access. Ihr könnt das Ding gerne unterstützen. Es lohnt sich. Super netter Entwickler. Und was er bis jetzt geliefert hat, das ist schon toll. Am geilsten fand ich den rosa Oculus Touch Controller. Cool. Ich werde mir das Ding auf jeden Fall so lackieren. Nein, Spaß. Gut, Leute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Ich habe jetzt nicht ganz so viele Tricks gezeigt, weil ihr habt gesehen, das ist halt relativ schwer. Ich hätte jetzt hier bestimmt eine Stunde rumüben müssen, um noch zwei, drei Tricks zu lernen. Diese dann auch wirklich im Rennen oder hier auf diesem Parcours anzuwenden. Und deswegen nur ein kurzer Einblick. Ihr möchtet mehr von diesem Spiel sehen? Ihr möchtet mich nochmal auf dem Skateboard sehen? Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich bin gewöhnt, euren Wünschen nachzukommen. Jeder Kommentar wird bei mir beantwortet, wenn ihr noch Fragen zum Spiel haben solltet. Also scheut euch nicht. Jetzt würde ich mich natürlich trotzdem über ein Däumchen freuen, auch wenn ich das Tutorial fast abgebrochen hätte. Und wenn mein Kanal noch nicht abonniert haben sollte. Ja, macht es gerne jetzt, Leute. Verpasst ihr nichts mehr. Bekommt ihr mal eine Info, wenn es neuen Content von mir gibt. So, ganz zum Schluss. Ihr wisst es schon, mein Discord-Server. Vergesst den bitte nicht. Tretet gerne bei. Eine super tolle Community. Findet ihr Multiplayer-Games, Tipps und Tricks, Hilfe. Wenn ihr Fragen zu VR habt und so weiter, würde ich mich freuen. Jetzt sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Euer Sascha. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.